Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir erfahren, was Achtsamkeit bedeutet. Such dir einen ruhigen Platz im Freien oder bei dir zu Hause, wo du für die nächsten Minuten nicht gestört wirst. Es sollte ein Ort sein, den du bereits gut kennst. Nimm dir einen Polster oder eine zusammengerollte Decke als Unterlage und setz dich aufrecht hin. Achte darauf, dass dein Oberkörper ganz gerade und nach oben hin aufgerichtet ist. Stell dir vor, dass dich ein durchsichtiger Zauberfaden noch mehr in die Länge zieht. Deine Schultern sind locker und weit weg von den Ohren. Dein Gesicht ist ganz entspannt. Deine Hände liegen ruhig auf deinen Oberschenkeln oder Knien, so wie es für dich bequemer ist. Atme nun tief ein und aus. Nun beobachte ganz bewusst deine Umgebung. Du kannst mit deinen Augen umherwandern oder deinen Blick auf etwas gerichtet lassen. Achte jedoch darauf, dass dein Kopf ruhig und auch deine Sitzposition unverändert bleibt. Nimm dir nun ganz bewusst Zeit, um deine Umgebung zu beobachten. Atme tief ein und aus. Nun schließe ganz sanft deine Augen. Schenke deine gesamte Aufmerksamkeit deinen Ohren. Was nimmst du wahr? Vielleicht hörst du deine Eltern oder Geschwister im Nebenzimmer. Vielleicht nimmst du aber auch Geräusche von außen wahr. Wenn du so wie ich im Freien bist, kannst du vielleicht auch andere Töne wahrnehmen. Nimm dir einen Augenblick Zeit und lausche. Dann schließe ich und beobachten. getting in sp glued zum Carnismus mit Body. Und das setzen. Komm zurück zurück. Dann was dir eine Augenblick wie ich am bisschen mit Tyler Gallen Till Bead bin. Dann schließe ich, du wie der Augenblick für dich macht. Nun komme ganz zu dir selbst zurück. Lass deine Augen geschlossen und nimm ganz bewusst wahr, wie du hier jetzt in diesem Moment sitzt. Atme tief ein und aus. Spüre, wie dein Körper die Unterlage berührt. Spüre den Kontakt zum Boden. Nimm auch wahr, wie deine Hände auf deinen Knien oder Oberschenkeln liegen. Wie fühlt sich das an? Sind deine Hände leicht oder sind sie schwer? Sind sie warm oder kalt? Versuche dabei, ganz ruhig zu bleiben. Versuche ganz, bei dir zu sein. Atme nun einige Male tief ein. Und wieder aus. Nimm wieder bewusst die Geräusche um dich wahr. Und komme ganz langsam wieder zurück. Wenn du so weit bist, öffne langsam deine Augen. Nun weißt du, was Achtsamkeit bedeutet. Vielleicht hast du an diesem Ort, den du schon so lange kennst, Dinge gesehen, Dinge wahrgenommen, gehört oder gespürt, die du zuvor noch nie wahrgenommen hast. Achtsam zu sein bedeutet, den gegenwärtigen Moment mit allen Sinnen wahrzunehmen. Vielleicht gelingt es dir am heutigen Tag, alles mit ein bisschen mehr Achtsamkeit zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich schon sehr aufs nächste Mal mit dir. Namastee.